Jetzt kriege ich das Bild wieder nicht aus dem Kopf. Blöd, Mann. Oh, Grauen, was für ein Bild denn? Seifenblasen, genau. Seifenblasen, genau. Ich habe das in die Food-Gruppe gestellt, oder? Ja, ich glaube. Ich verstehe dich nicht. Wo haben wir das mit der Food-Gruppe? Ja, mit der Rentenversicherung, wo haben wir das denn hingetan? Ob ich dir das denn geschickt? Ich glaube, das hast du mir persönlich geschickt, ne? Das hast du mir doch persönlich geschickt, oder? Oder nicht? Ah, hier. Nee. Das ist nur der Kommentar dazu. Wo ist denn dieser Link? Diese Meldung? Dann hast du den in die Admin-Gruppe reingestellt. In der Admin-Gruppe habe ich auch schon geguckt. Okay, ist egal. Das war 10.59 Uhr. Da muss das ja vorher in der Admin-Gruppe gewesen sein. Da ist es doch. 10.54 Uhr in der Admin-Gruppe, Frau Müller. Was ist denn los? Ich habe es jetzt, so. Ja, ich habe einen genauen Zeitplan, weißt du, so. Und da halte ich mich dran. Und wenn jemand zu früh kommt. Ich merke das. Wenn jemand zu früh kommt. Vor allem, wenn ein Mann zu früh kommt. Das wollen Frauen überhaupt nicht haben. Also, so. Okay. So, ich beende mal die Aufnahme hier, ne? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin.